Ein Jahr neigt sich wieder dem Ende zu. Für uns Bäuerinnen und Bauern war es ein herausforderndes Jahr und stark von der Corona-Pandemie und auch dem Klimawandel geprägt. Gerade zum Jahreswechsel stellt sich jeder die Frage, wie wird das neue Jahr werden, was wird es uns bringen, welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Euch für das neue Jahr, dass alles gut geht, viel Gesundheit und Glück in Haus und Hof. Danke für den großartigen Einsatz, für das Engagement und für Euer Wirken, für den Bauernstand und für unser Land.